Dauert immer kurz und herzlich willkommen zu einem weiteren stream die dies auf youtube angucken guckt euch bis zum ändern es lohnt sich wenn ihr das live verfolgen wollt in der video beschreibung unten ist der link von meinem twitch channel und ich würde sagen wir machen direkt das daily und legen los weil wir sind nämlich kattig im zeitplan blablabla blablabla wie sieht das aus gut oder scheiße so mein gott ok jetzt muss man kurz durchrechnen wir brauchen noch 90 90 stück haben haben wir die tarnung endlich fertig das heißt ich weiß nicht ob wir heute noch die bekommen könnte knapp werden ich hoffe ist aber kein versprechen challenge aber wir schaffen heute definitiv noch an 60 das kann ich euch sagen jetzt kommen halt die ganzen aufgaben die man mit team machen muss war und wir müssen noch viel fahren oh gott oh gott oh gott eliminate enemies 100 times using equipment also garnata und co top 75 mal wie viele haben wir 56 das haben wir eigentlich auch bald gut es gibt 1200 erfahrungspunkte das ist natürlich gar nicht mal so schlecht lässt denn jetzt würde ich halt gerne wissen was mit da ist dann gemeint ist der kleine kreis also quasi der letzte kreis der der angezeigt wird oder aber es gibt ja kein kein perk ne ich weiß nämlich dass man in battlefield 5 kann man glaube ich wenn ich mich jetzt nicht recht wenn ich mich recht insinne wenn wir im wenn du im court spielst kannst du ja noch schießen wenn du am boden liegst aber das gibt es ja hier nicht zum glück solo victory gewinne zehn mal sieben haben wir drei fehlen uns noch ja die colling katz sieht ziemlich cool aus aber ich weiß nicht das könnte noch ein bisschen dauern unter wasser auch bloß noch drei gibt gar nicht so viele erfahrungspunkte ja da müssen wir mal gucken los geht's hier und hier perfekt wo du hast aber spitze nägel hey das hat mir gerade auch ein bisschen weh das war jetzt cool schnell die luftanhaltung hier unlock herr juli der ich denke die stelle hier ein ich werde ein Evilersrench stelle da ein nur angry am start und eiste den brauch mal bei erst später so, 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 so ähm genau, kleine Randinfo, ich hab gestern noch ein paar mal versucht, äh das Woods Bandana einzusammeln kleiner Spoiler, ich hab's nicht geschafft ich hab's zwar geschafft, das einzusammeln und dann ganz schnell mit dem Heli abzuhauen bloß das Blöde ist halt, wenn du mit dem Heli quasi in der Endzone bist, also wenn quasi das ich muss mir abgehören, so oft quasi zu sagen, quasi wenn ihr in dem letzten Kreis drin seid dann kriegt der Heli eine Fehlfunktion und fliegt irgendwann gar nicht mehr und wenn du bis zu dem Zeitpunkt kein gutes Equipment hast, äh ja, wie soll ich sagen hast du eh gelitten schade alle hopp, alle hopp, blit blit alle hopp, wo, da, da ah, jetzt hab ich nach der Flugrote gar nicht geschaut scheiße oh Gott, die ist ja wieder super, super suboptimal äh infiltrate, engage and destroy ah ja ah ja können wir von der Seite aus ran genau, warte mal wir suchen uns jetzt mal wieder einen anderen Punkt ähm äh 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 ja okay, okay, lasst euch überraschen und zwar wird das zerhunden und das war mal ich bin grad noch unschuld, das seh ich ne, wir machen hier das wird jetzt unser Main-Target kann ich ja schnell einen Screenshot machen gut mhm, können wir da oben drin landen und, und, und oh Alter, das wär jetzt episch gewesen, ne so wir haben jetzt ja immer in der Baustelle gelandet jetzt machen wir's oh, nice jetzt machen wir's so, dass wir ab jetzt immer immer wieder mal hier landen um Gottes Willen oder äh äh ja ja äh äh Rucksack haben wir schon, okay, gut auf, nauf jawohl, Dose, Dose, Dose Molotow, äh nehmen wir mal mit oh die ist ziemlich cool ähm ich glaub, es gab sogar mal ne Aufgabe mit der wo man ach, nagelt mich jetzt nicht fest ich weiß es jetzt grad immer ähm, da hab ich dann immer gehabt so oh, die ist gar nicht mal so schlecht die Waffe ähm, Paranoia nimmt man mit wie weit müssen wir dann? ah geht zum Glück gar nicht so weit schauen wir mal, dass wir hier noch irgendwas finden ich weiß halt jetzt nicht wie nah der Schuss gewesen ist also, guck mal hier Shotgun Munition ohne Ende was war denn das grad für ein weirdes Geräusch, alter das ist die Frage ist der oben oder unten drin okay, der ist safe unten drin Uff, Alter das könnte ne kurze Runde werden, Leute ne oder auch nicht eigentlich eigentlich will ich mir nur ganz schnell den LKW schnappen und weg hier ich weiß halt nicht, ob hier noch geiler Shit rumliegt aber ich glaube nicht uh, LKW und weg hier wir wollen uns ja nicht festfahren hier war schon jemand und ich kann meinen Arsch drauf verwetten, dass der wahrscheinlich irgendwo noch hier drin hockt ne, doch nicht aber kommt der hier rein oh, wir haben hier voll viel was ist das Brawler da liegt noch ne Dose ich will eigentlich nur die Dose schnell haben uff, 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 uff oh, alter uff, uff da hat mir mein Headset, glaub ich, grad einen Streich gespielt es hat sich nämlich so angehört, als wenn der schon an mir vorbeigelaufen wäre, alter verdammt heute bin ich aber guter Dinge ich denke, heute werden wir ein paar richtig gute Runden hinzaubern können aber ich bin grad ein bisschen am am, äh, nachdenken äh, ich glaub wir sollten nicht von unserer, von unserem Standard-Lootweg abbrechen weil wir es halt schon gewohnt sind, äh wo ungefähr was liegen könnte oben weißt du es halt nicht, ne gut, da könnten halt viele ah ne, Quatsch, die die Rail oh oh, oh, oh Friedhof wir springen ab jetzt beim Friedhof raus weil Zombies lassen ja ziemlich guten Stuff fallen richtig ähm, ich würde auch zu weit gehen und behaupten, dass da oben safe irgendeine Shotgun liegt, also safe und zu äh, 90 ne, sag mal 80% äh, also das Bowie-Knife und das braucht ja, glaub ich zwei Hits für einen Zombie oder bloß einer wenn Brawler halt, natürlich, ne und dann Raid on ja, das funktioniert das funktioniert safe oder wir machen es so, dass wir immer da spawnen wo das Ding am meisten weg ist im Prinzip wäre es jetzt hier Cargo oder Lighthouse aber wir machen erst mal wo ist denn der? ah, hier, genau hier ist er da da gehen wir hin jetzt gehen wir erst mal von den hyperaktiven Kiddies weg, Alter ah, scheiß Kinder, Alter, spielt Minecraft oder irgendwie hallo darf ich mal durch? dankeschön hier guck mal Stacheldraht äh, ich glaub wenn ich sowas irgendwo draußen in-game sehen würde, dass einer auch so'n Teilsacheldraht hinlegen würde ich würd ich würd mir so denken so warum? ok, wenn ein Traumakid draufliegen würde, wär's sogar würde das funktionieren, dass er dann das Traumakid nicht nehmen kann? ich hab nen Plan, Leute ich hab ich hab den richtig 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 geile Idee wie gern man halt Kreise mit Dampf machen kann Zigaretten ist so viel schwerer jetzt geht mal raus aus dem Heli hier hier, Lappen mhm also, geht doch gucken wir mal, ob wir mit uns der Vermutung richtig liegen äh, warte ich mal kurz ah ja genau da ja, links von mir war direkt einer öh äh öh Oh mein Gott! Gott, komm auf! Er hat die Shotgun! Nein! Uff, Alter! Oh! Schmerz auf die Geräusche! Wir ziehen das knallhart durch! Wir ziehen das jetzt knallhart durch, Leute! Ich sag's euch! Alter, haben wir gestern echt ne Fünferrunde hingelegt? Wie haben wir denn gestern bitte ne Fünferrunde hingelegt? Holy shit! Ich glaub wir brauchen uns dann... Wir sind nicht so gut wie ein Richtig! Nein, 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 nein! Oh nein, fuck, jetzt hab ich den Falschen genommen! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei, blit! So ein Scheiß! Ich wollte eigentlich unseren Turk... unseren... Sechs... ne... Fünfkant... Innen-Fünfkant-Charakter haben! Es wird sich verstanden, als würde ich mich über Aussicht lustig machen! Nein, mach ich nicht! Ich würd mich niemals über... über irgend... äh... lustig hier machen, wa? Das wär ja richtig, äh... asozial, wa? Das einzigste, über wen man sich lustig machen kann, ist Donald Trump! Ach, das ist ne fucking Plane, Alter! Von oben sah das aus... wie, äh... Banane! Ähm... Alter, das ist auch ein geiles Verstecker! Wenn hier die Endzone ist, chillt'sch einfach hier oben! Was hab ich eigentlich für einen Charakter? Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus! Irgendwie er grinst so! Hehehehe! Hehehehe! Ja... Aber hier oben nicht, glaub ich... äh, loot-technisch... ist hier, glaub ich, nix, ne? Nein, nein... Warte, aber man kann... Alter, man kann sich halt einfach... safe hier hinlegen, ne? Piep, 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 piep! Könnte man hier oben noch drauf irgendwie? Ne, ich glaub nicht, ne? Das wär dann... Oh, das wär ja dann richtig fies, ne? Wenn du... Keine Ahnung, irgendwie... Komm, komm, komm! Ah, ich glaub das hat nicht mehr funktioniert, ich wollte noch Hallo sagen! Goddammit! NICHT ... Ach... 100 Leute sogar... LOL! Ja, laut... Hier, Lappen, raus mit euch. Ja, jetzt erst mal hier fett auf die Fressluge, äh, auf die Futterluge. Ui, ja. Ui, ja. Was ist denn jetzt los? Was ist denn da hier drin? Ähm... Wo geht denn der hin? Oh, ups. Oh. Sehr schön. Oh, warte mal. Das ist gut. Wir haben... schon mal ne Griff. Shotgun-Money. Jetzt fehlen uns nur noch die... ...passenden Waffen dazu. Oh, ja. Was ist hier? Ja. Nö. Ja. Ah, da kann ich kein Schnellziekgriff hinmachen, egal. Das hat sich jetzt gerade ein bisschen strange angehört. Ah, hier Trauma-Kit. Hä, wieso kann ich das nicht nehmen? Net Call. Supply Drop incoming. Jetzt so. Ähm... Grund-Zoomer. Mega geil. So. Gibt's jetzt vielleicht auch noch ne Waffe, mit der ich auch was anfangen kann? Wie weit mal... Oh, Alter. Wir haben aber... ...einfach mal... ...den krassesten Weg ever vor uns, Leute. Oh, shit, man. Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Ja, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen... ...random, wie ich hier durchlaufe. Aber ihr müsst auch bedenken, ich kann das mit einer etwas höheren Auflösung sehen, als wie ihr. Und ich sehe meistens, die Samen schon, wenn die quasi da hinten sind, wenn ich so dran vorbeifliege. Oh, der kommt jetzt aber nicht hier hoch, oder? Oh, Mann, das Geräusch gefällt mir gar nicht, Alter. Ja, wir nehmen die offene Visierung. Hä? Was hab ich da gerade aufgehoben? Oh! Sehr schön. Nö. Ja, nö. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, da wär noch ne. Wollen wir noch zu... Ne, komm, wir gehen nicht zu der Tür. Wir gehen jetzt einfach mal... Oh, wir brauchen ein Fahrzeug, Alter. Das ist sehr weit weg. Okay, und gleich kommt die Zone, und wenn wir nicht gleich ein Fahrzeug finden, dann haben wir gerade... ...einfach mal direkt gelost. Und hier ist keins, aber hier war schon einer. Hier war auch schon einer. Hier ist sogar noch einer. Ja, das könnte sogar unser erster Kill werden, wenn Totenstille lang genug anhält. Oh, bitte geh jetzt nicht weg, Totenstille, bitte. Oh, nicht mehr lange. Okay. Was macht der da unten? Was macht der? Was solltet es denn werden, wenn es fertig ist? Ähm. Ja, wir nehmen die kleinen Dinge jetzt auch mal kurz mit. Alter, der ist ja witzig, ey. Uff, Alter. Uff, Alter. Keine Ahnung, was das gerade von der Aktion war. Da hinten ist noch einer. Oh, shit, man. Kein Auto. Oh, oh, lol, Alter. Ich glaube, das war's, Leute. Unser Konsum ist auch gleich aus. Einmal können wir noch. Ja. Ja, das wird jetzt ein richtiger Akt, Alter. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Ich denke auch nicht, dass wir auf dem Weg jetzt irgendwo ein Fahrzeug finden werden. Außer wir haben richtig viel Glück. Zum Glück hat er einigermaßen viel Heilung dabei gehabt. Oh, Mann. Hier könnte noch ein Quad stehen. Oh, ich sehe ein Auto da hinten. Auto oder Quad, eins von beiden. Trauma-Kit. Das hat sich so angekündigt, als wäre da einer hinter uns gewesen. Wie weit haben wir's noch? Oh, shit, Alter. Schon noch ein bisschen. Mal durchhören. Uff, Alter. Wir haben's gleich geschafft. Komm, komm, komm. Jetzt müssen wir hier halt extrem vorsichtig sein, weil... Die können uns halt jetzt hinlaufen hören. Aber wir sieh'n nicht. Oh, da ist... Ja, da ist ein Auto. Jawohl. Ja, das hab ich gehört. Das interessiert uns jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich einfach nur weg will. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Uff, Alter. Wie knapp war das denn? Diese Drecksgranaten haben uns grads Leben gerettet, Leute. Was war das grad? Habt ihr das grad gesehen? Warte mal, wo ist denn hier die Brücke? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Weil gefühlt schon überall jemand ist, ne? Oh, ne. Tududu, 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 tududu. Äh... Scheiße, der da oben weiß, dass wir da sind, die wissen, dass wir da sind. Gefühlt weiß irgendwie jeder, dass wir da sind, nur wir wissen nicht, wo die sind. Kam da nicht von hier der Schuss? Hm... Bin mir grad nicht sicher. Gott, ich mag ja die Titan gar nicht, Alter. Ne, wie gesagt, irgendwie weiß gibt es nicht jeder, wo wir sind. Shit, da oben ist nämlich auch noch einer. Sag ich doch. Sitrep, circle collapse imminent. Get to safety. Wo ist der? Da hat sich auf jeden Fall schon mal die Kiste gesaved. Letzter. Hier ist ein Zombie. Oh, fuck, Alter. I just want to clear my head, tudu, tudu, tudu. Oh, da ist ein Auto. Oh, da ist ein Auto. Muss aufpassen, dass er mal einen Schatten entzieht. Nee, das ist ein Todesfall, denn... Äh... Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll, Leute. Ich weiß grad echt nicht. Das hat er jetzt auf jeden Fall gehört. Das hat er jetzt auf jeden Fall gehört. Äh... Äh... Da chillt einer unter Wasser. Ja... Ja, dann gucken wir mal, dass wir uns den holen, hä? Was ist denn noch da? Was ist denn noch da? Was ist denn? Was? Wo ist er hin? What? Wo ist er hin? Ach, der ist... Huuuui! Feuerwerk! Ich hätte aber gar nicht den anderen gehabt. Wo ist der andere hin? Alter, der kann doch nicht so schnell aus dem Wasser raus sein, oder? Da hinten? Kuckuck! Traut er sich nochmal gucken? Ja, der... Der wird jetzt gerade auch schon mal schön den einen Typ da oben looten, den ich weggemacht hab. Oh, der chillt ja irgend... Nee, der... Das wär natürlich Next Level, Alter, wenn der einfach hinter dem Container... ...chillt. Ja, das ist natürlich geil, ne? Du bist hier schöner am Erzählen und krassierst dann erstmal... Oh, wir haben ihn! Und krassierst dann erstmal einen Headshot. Na, den gucken wir uns an. Ach, der... Ah, der... Siehst du, der hat gar nicht, äh, gewusst gehabt, dass ich im Wasser bin. Alter, der hat echt spät, äh, geschnallt, ne? Aber... Schöner Headshot... Ich glaub, das war... ...was sogar der, den, wo wir vorhin, ähm... ...unter... ...unter Wasser angeschossen haben. Krieg ich jetzt einen Schluck auf? Bitte nicht, Alter! Ja... Bitte nicht! Komm schon... ...mach ein bisschen schnelleres Spiel. Da hat mir alles viel zu lange... Jawohl... ...Ehrborn! Ja, der gefällt mir. Ähm... Ich will doch mal kurz die blöden Dinger hier weg haben. Da! Warte! Stufe 60 erreicht! Charakter, wo ist er denn hier? Kollege! Der sieht so scheiße aus, der Froschmann! Das ist er, gell? Ja! Warte mal! Moment mal! Ready to roll! Das ist eine C? Echt jetzt? Ja, lol... Da bin ich grad immer noch am überlegen, ob ich mir den holen soll. Weil... ...ganz ehrlich... ...das sieht schon cool aus. Sieht schon echt cool aus. Den... ...den... ...finde ich nicht so geil. Die natürlich... ...wegen... ...Far Cry 5. Übrigens ein ziemlich geiles Spiel... ...äh... ...ziemlich geiles Spiel... ...spul... ...spiel... ...let's go! ...anhänger... 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 ...oh Leute, ihr müsst mehr an mich glauben... ...also wird das nix... ...anhänger... ...nice... ...beste Stamming-Ari... ...das... ...das müssen wir noch üben, Leute. ...let's go! Und wer haben wir ihn jetzt? 14 Ascht... ...fährt am Updance... ...üppisch kurz in dem anderen Menü... ...gisch zurück und dann... ...ja... ...ja... ...ich bin immer noch am Dancen... ...ob's dir passt oder nicht... ...ah... ...dun... 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 ...ähm... ...mich wird echt mal interessieren... ...ob das stimmt, äh... ...dass es immer wieder mal Charaktere gibt, die... ...ähm... ...ohne Rüstung... ...ich betone es jetzt extra... ...ohne Rüstung... ...lauter beim Laufen sind... ...als die anderen. ...und dann... ...oh... ...ah... ...schade... ...das sieht so wützig aus... ...wir sind Stufe 60, Leute... ...in Party-Hot... ...läuft... ...läuft, läuft,läuft,läuft... ...lüüpp, dieser Lachs! ...wie Hanno sagen würde, ne? ...dun-dun... 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 ...STNACHT Schuppen... ...Nicht zu viel, nicht zu wenig... ...ja, Mann! ... ... Perfekt. Perfekt. Jeder Ordenarzt oder Hörgerätehersteller muss Activision für dieses Spiel danken. Nach vier Stunden Blackout hat definitiv schon mal den Anflug eines Hörsturms. Oh, das sieht schon cool aus. So mit deutschen Farben wäre es auch ziemlich nice, ja? Und noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Eigentlich muss der 75 kmh erreichen, äh 75 Meter pro Sekunde, weil es ja ein Airborne Ranger. Ja, sieht gut aus. Punktlandung, aber... Ah doch, hier haben wir... Sonst haben wir nichts hier oben. Gehen wir gleich mal eine Etonche tiefer. Das mache ich aber nicht auf die MP5 drauf, macht bei der nämlich keinen Sinn. Zack. Das war gut. Äh, ja, Konsumer, nimm mal mit. Totenstelle, mach mal gleich an. Dann haben wir wenigstens... ein bisschen Chancen hier in Ruhe zu looten. Und falls wir dann doch... einen hören... Können wir ihm einigermaßen dezent aus dem Weg gehen. Grüße gehen raus an dich, Dennis. Dezent. Versteht sich. Äh... Was habe ich da mal? Ah. Die behalten wir mal. Ah. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Äh... ...ne Autoshotgun. Ah. Zack. Machen wir mal drauf. Oder... Ja, doch so. Äh, ja, eine Autopumpe wäre jetzt... Nicht schlecht, wollte ich gerade sagen. Dann noch ein langer Lauf. Oh. Der meint's ernst? Wo ist er denn? Ah, da oben. Uff, alter. Dem haben wir aber gerade eingeschenkt, Alter. Könnte sein, dass der uns jetzt kurz... bei dich schnell in Ruhe lässt. Würde ich mich aber nicht drauf festnageln lassen. Das könnte natürlich auch ein Dryheart sein. Der uns jetzt gnadenlos hinterherjagt. Was ich nicht hoffe. Wir haben hier irgendwo... Jip. Okay, hatte schon. Zack. Gehen wir noch schnell hoch. Wir sollten noch genug Puffer haben. Vielleicht müssen wir... Ah ja, komm mal da. Ich glaube, ein bisschen geduckt. Nehmen wir auch noch mit. Gucken wir direkt aufs Dach hoch. Zack. Ich hoffe, dass der uns jetzt hier nicht auf dem Kicker hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der wahrscheinlich eine gute Sniper besitzt. Zack. Aber da vorne habe ich schon was gesehen. Oh, halt. Prioritäten setzen, ihr wisst ja. Da war nämlich, glaube ich, gerade ein Quad, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Sehr schön. Was haben wir hier? Brawler? Ne, brauchen wir nicht. Ja, da ist ein Quad. So, ist er noch da oben? Ne, warte mal. Der war auf der anderen Seite. Hier oben war er. Ne, der ist weg. Der ist schon weg. Der wird sich auch gedacht haben, ne. Den Riss gebe ich mir jetzt nicht, Alter. Schade, das geht gar nicht. Alter, da haben wir ja schon langer Luft drauf. Äh. Alter, da hätte ich jetzt aber echt meinen Controller gefressen. Wenn der uns von dem Quad runtergeholt hat, Alter. Wie dich halt irgendwie jeder haben will, wenn du auf dem Quad unterwegs bist. Das ist krass, Alter. Schlimmer natürlich. Schlimmer geht nur noch auf dem Ding. Auf dem Boot. Alter, wenn du mit dem Boot unterwegs bist. Ihr müsst euch die anderen Videos von mir angucken. Glaubt mir, ihr seid der heftigste Kugelmagnet. Best. Ich glaube, da fällt uns gerade jemand hinterher, oder? Oh. Er chillt einfach da oben sein Leben, Alter. Oh, oh. Oh, der ist ja überall, egal wo du hinfährst, schockt einer drin. Wer der uns hinterher? Uff, Alter. Da fehlen mir... Oh, oh. Da fehlen mir echt die Worte. Äh. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Das sind ziemlich, äh, lowlife. Scheiße, ich wollte da noch reinfahren. Ob ich nicht wusste, ob da jetzt oben einer auf dem Turm, äh, auf dem Turm, auf der Baustelle ist. Genau, das wollte ich eigentlich... Oh. Ja, immerhin wissen wir jetzt, dass... ...da oben einer ist. Wir wissen nicht, wo genau. War er das? Ne. Äh, wir gehen einfach mal direkt weiter. Oh. Sehr schön. Hockt der vielleicht direkt über uns grad? Bruder, das wär hart. Nop. Gut. Also über uns war er schon mal nicht. Uh. Wir wissen auch nicht, ob er hier irgendwo ist. Also wenn er hier runtergesprungen ist, war er natürlich schon richtig fleißig am looten. Die Chance, dass wir hier noch einigermaßen was Gutes finden, ist... ...Aid Zero? Aber der wird grad auch schon heftig von dem Typ da beschossen. Oh, wir könnten noch... Ja, das... Wir machen's einfach. Aber wir haben noch gar keinen Kill, egal. ...Aber... ...Aber... ...Ach, scheiße, Kaliber 50. Egal. Uff, Alter. Ich hoffe, der Schuss galt nicht uns. Ne, kann er gar nicht. Ne, ne, das... Der zieht... Der schießt grad schön in die andere Richtung. Ähm... Das ist Muni. Oh. Ist ein bisschen besser. Ah, langer Lauf geht ja hier nicht. Shotgun, ja. Oh, unsere Shotgun... Oh, Alter. Von kurzem in den Augenblick dachte ich hier hinten wär irgendwo ein Sensorpfeil, Alter. Aber ich hoffe halt einfach, dass hier noch keiner ist. Raketenwerfer? Äh... Aber ich glaub, hier war schon jemand. Vielleicht haben wir Glück und der ist noch hier drin, dann können wir nämlich einspannen. Oh, wir haben gar kein Backpack. Also er war hier... Es könnte auch sein, dass es... ...der Typ von oben gewesen ist. Was ist denn? Dankeschön. Oh, da hinten ist er. Er ist tatsächlich noch hier, Alter. What the fuck? So, die Frage ist jetzt... Hockt er da in dem Laden drinnen? Oder hinter dem Zaun? Also jetzt ist er auf jeden Fall auf dem Dach. Gucken wir mal... ...was er dabei hat. Ein bisschen Heilung. Das nimm mal mit. Das nimm mal. Das was? Okay, Shotgun Muni. Können wir auch noch. Oder hat er in der Auto Shotgun? Nee, hat er nicht. Schade. Aber da war gerade noch... Ah, hier. Den hab ich gesehen. Erwischt. Sehr schön. Mal gucken, ob ich... ...ob der noch was Gutes hat. Jawohl. Und Paranoia. Weg hier. Oh, es sind schon noch ganz schön viel. Was blöde ist, wir haben hier halt null Deckung, Alter. Wir haben hier halt echt null Deckung. Wir können doch nicht mal mehr auf das Dach da hoch, Alter. Da kommt er. Nächster Headshot. War Nummer vier. Oh, das war safe in Headshot, aber... Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Nee, der hat uns nicht gesehen. Gehen wir mal ein Stück in die Richtung. Okay, auf den Fight lassen wir uns gar nicht erstellen. Oh shit, der sieht uns halt trotzdem, ne? Komm, ist da nicht irgendwo ein Sniper da oben, der wohl den mal da runterholen kann? Da ist doch einer, oder? Nee. Aber ich weiß, dass der da oben noch ist. Wie viel sind es noch acht? Muss aufpassen, von hinten kann halt auch immer noch einer kommen, ne? Uff, Alter, uff, uff, uff. Oh, guck's ja. Ja, der macht's richtig, Alter. Der fährt halt mit dem Boot jetzt rum, ne? Oh, das sind jetzt zu viele. Weil, da hinten nehm ich noch einer ist. Nein! Oh shit, Alter. Uff, Alter, uff. Ja, jetzt muss halt auf den Sniper aufpassen. Ah, da würde ich mir gerne noch schnell die Killcam angucken. Wie viel Leben der gehabt hat. Ja, ich wollte eigentlich den unten links haben auf dem Radar. Oh, Alter, ein Treffer. Ich hätte nur noch einen Scheiß-Treffer gebraucht, dann wäre der Geschichte gewesen. Alter. Oh, Bruder, der bedient sich aber grad heftig. Gönn dir. Jetzt kriegt er die Probleme mit dem Sniper da oben. Ja. Mhm. Mhm. Und rechts von dir ist auch noch einer, mein Freund. Uff, 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 uff. Und so einer killt mich. Er guckt auch noch direkt hin. Bruder, der steht direkt vor dir. Oh mein Gott. Und so einer holt mich, Alter. Oh shit. Oh shit, Alter. Oh, Mann. Ja, verdient, Alter, verdient. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist das der Sniper gewesen von oben? Ne, ne? Ne, der... Obwohl, warte mal, der hat eine Stufe 3-Panzer. Ah, das könnte. Oh, jetzt ist... Links... Links und rechts, Digga. Sandwich-Time. Haha. Ne, ich glaube, das war der hier. Na ja, die Concussion. Uff, Alter, ganz, ganz miese Geschichte, diese Dinger. Er macht den Neo. Oh Gott, er ist jetzt Zombie, Alter. Uff, die Ansicht wollte ich jetzt nicht haben. Ups. Ein bisschen daneben geschlüpft, oder? Ne, passt schon. Jawoll. Oh, das ärgert mich. Alter, wir haben 10 Stück eingesammelt. Oh, guck mal, wir steigern uns von 0. Also von... Noob. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn wir heute Abend aufhören, gehen wir mit 10 als letztes raus. Oh Gott, gehen... Jetzt wird's wieder schon scheiße laut, Alter. Hm. Ah. Jetzt wahrscheinlich irgendwas Neues wird da ins Store reinkommen. Irgendwer was Neues. Ich werde jetzt auch gleich, wenn ich, äh, tot bin... So, mal kurz laut. Warten kurz. Äh, wenn ich tot bin, lass ich's einfach geschwind laufen. Äh, den Spectator. Ähm, weil ich noch ganz kurz was erledigen muss. Aber ich möchte jetzt deswegen nicht einfach den Stream, äh, aufhören. Wär jetzt auch ein bisschen blöd. Das dauert auch nicht so lang. Alter, das ist jetzt schon eine Stunde rum. Holy shit. Genau dann, wenn wir Double XP nicht brauchen, gibt's Dackel... Dackel. Gibt's Dackel XP. Außer... Ja. Ähm. Na? Letzter. Ah, ich hab jetzt Kopf, dass wir... Das ist bis 100. Ja, okay. Ja, auch ein bisschen fies, weil wir es halt instant bekommen würden, aber... Da würde es sich sehr glatt lohnen, in den Multiplayer mal wieder reinzugucken, hm? Wird das Wrapp? Oder are you gonna wear it out? In or out? No loitering. Aber... Ne. Aber wirklich nur wegen den schwulen Double... Sorry, nur wegen den scheiß Double XP, das... Uff. Uff, Alter. Und hier... Im Ding können wir halt jetzt nichts mehr mit dem Double XP anfangen, weil wir bekommen... Den Tier Boost mal 2. Dann plus 5% Tier Boost. Ich weiß nicht, ob das deckt. Äh, da müssen wir jetzt halt in jeder Runde, wenn wir... Keine Ahnung... Unter die Top 50 kommen. Und dann noch ein Kill dazu. Also ich glaub, das läuft ja nach Zeit. Also wenn wir... Das ist immer unter die... Ja, sag mal mal Top 10. Bestenfalls unter die Top 5 schaffen. Ja, da müssen wir ja 2 Tierobstiege bekommen oder sowas. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also wenn das einer von euch weiß, ob diese... Diese Tiergeschichte da... Also mal 5, dann... Äh... Black Ops... Black Ops... Pass... Boost... Und was weiß ich, ob das decken tut. Wäre natürlich krass, Alter. Das wäre echt heftig. Vielleicht ein bisschen zu heftig, aber ich mein... Genau wegen solchen Geschichten kann ich nicht verstehen, warum die es, äh... Von Tier 100 auf 50 runter reduziert haben. Als ob das so schwer wäre, auf den Rang 100 hochzukommen. Oder als ob es so schwer gewesen ist, so schnell... So auf den Rang 100 hochzukommen. Also es ist... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Lass mal ein bisschen beruhigen. Ja, genau. Oh Gott, da kommt so ein Überhauptkiefer. Okay, ne, der geht weg. Oder kommt der zu uns? Ach, ne, da kommt nochmal so ein Überhauptkiefer. Alles okay? Okay, okay, okay. Ich weiß schon. Da ist sie jetzt. Ja, schön, genau. Ke-ching, ke-ching, Alter. Oh Gott. Nice. Very nice. Aber ich finde es schade, dass man im Helikopter nicht mehr schlagen kann. Das ging ja... Infiltrate, engage and destroy. In dem letzten großen Update ging das ja wahrscheinlich gekochtet. War ganz witzig. Aber jetzt, wie ihr hört, das geht leider nicht mehr. Ja. Tank hoch, biski, biski. Oh, wir haben sogar C's gerade da, oder? Hoch, pull up, pull up, pull up. Okay. Will der auch da hin, wo ich hin will? Ne, will er nicht. Aber... Alle ab, und wir gehen direkt runter. Wir finden direkt erst mal zwei Backpacks und nichts. Ja, mp5. Ja, mp5. Können wir uns wenigstens einigermaßen verteidigen. Wartet mal kurz. Ups. Ja, besser. Oh, wir sind sogar hier. Oh Gott. Da hat einer schon die große. Mal gucken, ob er... Ne. Ist er oben oder unten? Hockt er da? Ne. Alter. Oh, nice. Äh, wir holen uns gleich das Visier noch. Ich will nur ganz kurz... Äh, hier ein bisschen... Ne, warte mal, wir brauchen Kaliber 50, Manni. Ah, jetzt, jetzt ist es schwer. Okay, gut. Äh, wir holen uns gleich das, das ACOG. Wo warnt es nochmal? Äh, ah, das war oben. Das war... Hier, genau, hier. Perfekt. Vielleicht doch die Shotgun, hm? Oder wir bleiben bei der und benutzen die dann für, äh, quasi Nahkampf oder so. Oh. Ups, ups, da da. Sehr schön. Ähm, ja. Ah, ne, wir rüsten das wirklich erstmal alles bei der hier aus. Oh, dass so gut wie es halt geht. So. Dann. So, so. Ach, ne, warte mal, wir brauchen ja... Wir brauchen ja gar keine, ähm... Ja, da haben wir auch keine Kaliber 50, wa? Haben wir da schon. Haben wir da jetzt. Jetzt zerpieseln wir uns schnell. Kaliber 50, oh, perfekt, Alter. Komm. Schleider nachladen. Zack. Zack. Und... Dann fahren wir erstmal kurz ein bisschen weg hier. Oh. Ja, hier wäre halt wahrscheinlich die Shotgun eine kluge Wahl. Gerade wenn wir in solche Räume reingehen, weil wir halt nie wissen, ob da gerade, ne? Wenn da abschimmelt. Äh, nope. Oh, perfekt. Alter. Meine Güte, ey. Ah, lehob. Uff, Alter. Äh. Ah, ne. Ne, 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 ne. Aber. Dat mach mal. Jetzt wäre noch ein Ding ganz gut. Ein Rotpunkt. Gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Rotpunkt. Äh, Griff, jawohl. Lange Lauf haben wir schon. Ja. Schild brauchen wir nicht. Muni ist voll. Och Mann, jetzt liegt ja nirgends wohl ein Rotpunkt rum, oder was? Okay, dann gucken wir doch nochmal kurz hier rein. Mach mal hier drauf. Komm, ach. Go, go. Ach, ist das jetzt dein Ernst, Alter? Kein fucking Rotpunkt? Mann, ich brauche irgendwas, äh, für den Nahkampf. Was? Da war doch was, oder? Ah, perfekt. Gut. So. Möchtest du ne Totenstelle anmachen? Oh, da kommt einer. Nice. Nice. Warte mal. Hat der ein Glück, dass ich keine Granaten am Start hab? Wie er halt direkt abhaut, alter. Hä? Von wo schießt denn der? War da oben einer auf dem Dach? LOL. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich krass, alter. Dann schnell hoch, alter. Oder soll mal versuchen, den da hinten abzufangen? Ist böse, ich hab halt nicht gesehen von Wars, der auf den geschossen hat. Ey, aber der muss ja direkt neben mir gewesen sein, wa? Ach, Fail, alter. Hast mal schön den Haken verschwendet. Scheiße, war der mit uns? Da ist er. Ich glaub der hat grad auch Paranoia an, oder so. Keine Ahnung. Oh, Mann, alter. Gucken wir mal, ob wir hier. Gehen direkt auf den Turm hoch. Auf der Hoffnung, dass da noch keiner oben ist. Alter, wir sind halt jetzt grad einfach total blind links hoch gestürmt. Aber wir können uns es noch erlauben. Ich will nur... Wir sollten fast schon direkt wieder runter gehen und zu den Häusern schlappen. Aber vorher erst. Zack. Jetzt können wir gehen. Wo sind denn die? Äh, die Richtung. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da eventuell... Ja, ja, ja. Da sind wir dann gar nicht so verkehrt. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Scheißquart, alter. Oh, ich will ganz schnell... ...zu dem Fahrzeug da runter. Bis jetzt guckt grad keiner in unsere Richtung, das ist gut. Ah, wir fahren grad dahin, wo schon ein Gegner ist. Egal, wir fahren ein bisschen im Kreis und gucken mal. ... ... ... ... ... ... ... Aber ich glaube, da kann ich nicht durchschießen. Das ist dann, denke ich, mal doch ein bisschen zu mächtig. Was haben wir denn hier? Shotgun Muni. Anderen Schüsseldessel. Ich hoffe halt einfach, dass er nicht hier unten irgendwo ist. Das wäre jetzt ein Mega-Fail. Oh. Gucken wir mal auf. Ich würde sagen, er ist in diesem Haus drin. Ah, verdammt. Ist gerade ausgestiegen. Oh, Nuketown. Uff, alter. Was hat denn der gerade die Seilwände verwendet? Um abzuhauen? Ich verstehe es gerade nicht. Hä, für was hat der die Seilwände verwendet? Der ist doch genau in die Gegensatzrichtung gerade, äh, die Seilwände verwendet hat. Ich hoffe, dass er sich den Helix schnappt. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Schießen und so, ne? Uff. Alter, diese Sniper. Uff, alter, diese Sniper. So Leute, ich bin gleich wieder da. 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 Nett Call, Supply Drop Incoming. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Circle collapse imminent. Get to safety. Get to safety. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. SITREP, circle collapse imminent. Get to safety. SITREP, circle collapse detected. SITREP, circle collapseüyor. SITREP, circle collapse ineffectual. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, wie bekomme ich? 27 Cent, Alter, nice. So. Ähm, ja okay, ein Kill. Aber die vorige Runde war halt Premium mit dem Sniper. So, machen wir es mal weg. Oh, warte, wittet mal. Wittet mal. Ach, scheiße, Alter. Aber auch ein bisschen nachbarschaftliche Verhältnisse. Äh, was wollte ich gerade machen? Ach so, schnell reinhören, wie es mit dem Sound anhört. Jetzt kommt wahrscheinlich erst Werbung von meinem eigenen... Oh, das ist so zum Kotzen. Ja, ja, 30 Tage kostenlos Playstation Plus und bla bla bla. Ja, okay, dann machen wir schnell. Oh, warte mal, ich kann sogar... Ich kann die Werbung überspringen. Nice, okay. Can't wait till I give up this nickel and dime stuff. Okay, passt, passt von der Lautstärke her. So, zurück, zack, äh, so. Was haben wir? Ach, scheiße, natürlich nur. Ah, ja. I got out of the lending business a long time ago, friend. Ich werde nix sagen, aber wir Freundchen sind ganz sicher keine Freunde. Weil du mir ganz, ganz... Weil du mir einfach viel zu wirres Zeug redest. So, äh, weiter geht's. Irgendwie passt das Headset nicht so wirklich gerade, Alter. Rutscht irgendwie ein bisschen hin und her. Ach, weiß ich nicht, aber lol. Ich hab's wahrscheinlich eins zu weit nach oben gestellt. Jetzt passt's. Jetzt ist gut, jetzt passt's. Gut. Rutscht's? Rutscht nicht? Ne, rutscht nicht. Gut. Hallo, ihr zwei. Ihr habt schon viel verpasst. Nein, Spaß. Obwohl, das mit den Headshots... Ja doch, könnte man fast sagen, man hat was verpasst. Alter, das gibt's nicht. Irgendwie passt da gerade gar nix bei dem Ding. Ach. Lass mal weg hier. Ich hab nem rumgeballert. Weg, 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 weg. Ganz weit weg. Und tschüss. So, dann haben wir hier wenigstens mal unsere Ruhe. Ähm. Ah, ne, das guck ich später. Da guck ich jetzt. Da guck ich jetzt nicht, aber... Ähm. Oh, wir haben sogar die gute Seite erwischt. Ja. Ne, doch, doch, das geht. Das geht. Boah, Alter, die sind so hyperaktiv. Das ist nicht normal. Dass die einfach nicht diese Ruhe... ...genießen wollen, bevor dieses Dauerbeschall da losgeht. Uff, Alter. Einfach nur uff. Let's go. Ich hoffe, dass wir ne goldene Waffe auf dem Turm finden. Wir spekulieren jetzt einfach mal auf ne... Auf ne Paladin. Paladin wär gut. Oh, ne. Ist der vornste? Ich glaub, der will nicht... ...will nicht oben rauf, oder? Ne. Äh. Der Shotgun ist auch geil. Dann kommen sie mal hoch hier. Alter, halt einfach mal direkt runterspringen. Und den überraschen, hä? Obwohl, ich glaub, der macht das gerade selber selber. Wo ist denn der? Warte mal kurz. Ich glaub. Oh, wir müssen durch Firing Range stürchen. Ja. Ich glaub, der ist unten drin. Da ist keiner. Da weiß ich's leider nicht. Ich hab halt irgendwie Schiss, dass da noch... ...einer drin ist. Ne, der ist... Der ist unten drin. Okay, gut. Ach shit, ich dachte, da liegt ein Backpack, Alter. Oh, fail, Alter. Egal. Ähm. Hier haben wir... Ach, da liegt doch ein Backpack. Shotgun-Muni. Äh, Molotow lassen wir mal liegen. Äh, die Granate nehmen wir mit. Äh, äh, äh. Was ist das? Net-Z-Kliff nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Diesmal... ... beeilen wir uns ein bisschen. Oh. Nice. Äh, das ist... ...Muni, die wir nicht brauchen. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Äh, hier ist keins. Schade. Hier könnte noch eins sein. Jep. Zuverlässig wie eh und je. Schauen wir mal. Oh. Ähm. Dann bevorzuge ich leider Gottes Dofti. Äh, was ist das? Ne, 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 ne. 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 Ich schiebe es mir deutlich zu langsam. Oh, der ist hinter uns. Oh, da liegt noch was. Ah, fuck. Hier ist kein Quad, alter. Uff. Der fährt in unsere Richtung. Aber er hält nicht an. Das ist gut. Zack. Halt. Genau, wir brauchen jetzt die Muni. Ähm. Wenn es sich einrichten lässt. Und wir nachher vielleicht ein besseres Scope finden, wenn man natürlich ein besseres Scope hat. Ansonsten. Fährt direkt weiter. Ist da nix. Okay, ist noch weit genug weg. Wieso ist der jetzt direkt weiterfahren? Weil er da am Piepsen gehört, oder was? Der war nur da dran? Wieso ist der nicht hier reingegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. Diese kleinen Häuser sind, äh, werden von manchen Leuten echt underrated. Also hier. Ich habe ja schon Sachen gefunden. Das globt ihr mir nicht. Und weiter geht's. Alter, diese Steine. Die sind so glitschig und glatt und bleh. Ich will eigentlich nicht so wirklich nach Rivertown. War da gerade eine Dose? Nee, ne. Oh Mann, ich will echt nicht nach Rivertown. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß, wenn wir da vorne ein Fahrzeug finden, müssen wir auf jeden Fall schnell machen. Und zwar schnell, 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 schnell. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen überleben. Rinder. Oh, nice. Ich glaube, ich glaube, ich habe gerade einen gehört. Nee. Die sind glaube ich noch alle schön drüben auf Rivertown. Da könntest du von mir aus auch gerne bleiben. Oh. Nein. Ja. Nehmen wir mit. So, da ist ja eine Garage. Da gehen wir auch direkt rein. Da ist ein Fahrzeug. Ich weiß jetzt leider nicht, von wo aus der auf mich geschossen hat, aber es war ziemlich nah. Deswegen schauen wir, dass wir uns ganz schnell verpieseln. Weil ich ehrlich gesagt, keine Lust auf den... Ah, da hinten ist er. Hab ihn gesehen. Oh, nein. Ach komm, Alter. Jetzt will ich die Killcam sehen. Der muss 200... Er hat keine 200 Leben. Überlebt den Schuss aus meiner Shotgun. Und die Granate. Nicht dein fucking Ernst. Er hat nicht mal langer Lauf. Alter, er war nicht mal in der Nähe von meiner Explosion. Haben wir wenigstens die Top 50? Oh, wie peinlich, Alter. Ich hätte ein Schild locken sollen. Oder später benutzen. Aber ich weiß halt immer nie, ob Sniper noch eine unfaire MP dabei haben. Und ihr wisst ja, meine Meinung zu MPs. Ich bin kein Fan von denen hier. Ey, wir waren doch unter den Top 50. Wieso haben wir nichts bekommen? Haben wir was bekommen? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Shit, Alter. Na, komm. Weg damit. Weg damit. Meine Güte. Oh, lol. Welchen nehmen wir dann? Ah, nehmen wir die. Zack. Oh, wir kommen uns zum Ziel immer näher, Leute. Ja, das Päckchen machen wir nachher auf. Dann können wir dann eventuell gleich zwei machen. Merkt euch mal den blauen Balken unten links. Ich glaub, der bleibt immer an der gleichen Position. Also ich mein, wir bekommen einen Tieraufstieg, aber er ist immer so viel, dass es fast die gleiche Position ist. Ah, gutes Energy. Jode Energy. Ah, da-din. Ah, da-din. Ah, da-din. Däh 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 Scheiß Haargummi wird er nicht gefunden, Alter Oh, passt Mal das mal sehen Uff, Alter Das wird ein Stück, du. Das wird ein Stück. Warte mal, weg da. Von den ganzen Schießwürdigen. Er steht halt einfach da oben und macht nichts. Die stehen halt einfach mitten auf der Straße. Leute, also ich glaube, ihr braucht jetzt noch ganz dringend noch hier, Bruder. Geht gar nicht. Warte mal, kann ich irgendwie, äh... Oh, warte. Ja, Mann. Oh, der Bass ist so geil. Hey, mach weiter. Wenigstens mal einer, der witzig ist. So, jetzt pall. Aber da wären wir in Airborne Ranges im Shop. Das ist ein bisschen locker, aber es ist da hinten. Locken, kern. Lanzer 1, 2. Bay doors are open. Exit, wenn ready. Flying Mission Deployment Path. So, jetzt noch ein bisschen, und noch ein kleines bisschen. Jetzt. Ah, und jetzt die Aussicht genießen. Oh, shit. Oh, shit, Leute. Oh, shit, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das zwiebelte mal richtig rein. Ist der schon runter? Nee, ist er nicht, ne? Nee, ist er nicht. Bum, bum, bum. Oh, shit. Uff, Alter. Und ich dachte eigentlich... So, jetzt. Action. Action, action, action. Oh, Alter. Das ging auf die Kniescheiben, Alter. Alter, die Landung sah ziemlich... Oh, loo. Consumer, bam. Alter, das geht halt einfach... Es geht halt einfach so schnell, ne? Wenn du Consumer hast, zack. Zack, bum, ey. Oh, Messer? Messer ist cool. Zack. Nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir mit. Oh, das geht jetzt gerade richtig... Auf die Lunge. Oh, weiß. Zack. Äh. Der ist, äh, unten drinne. Sollten wir uns merken. Zack, zack, zack. Äh, jup. Jup. Jetzt beinahein wir uns ein bisschen. Sollang der noch unten drin. Ja, okay, der läuft... Der müsste jetzt eigentlich gleich nach hinten weglauchen. Kann man nicht vorstellen, dass der ewig da unten drin bleibt. Gucken wir noch da oben. Sehr schön, Shotgun-Money noch ein bisschen. Okay, den Werfer brauchen wir nicht. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Zack. Gehen wir gleich mal da oben drin. Was haben wir denn hier? Können wir noch mitnehmen. Oh. Das ist, das ist sehr gut, sogar. Oh, da läuft schon wieder ein Traumaket. Alter, ich krieg die... Ich krieg die Dinger wie Süßigkeiten langsam. Das ist unfassbar, Alter. Unfassbar. Der Kollege hat sich die ganze Zeit beschwert, so... Traumaket... Warte mal. Jetzt. Und ich krieg die... Gerade... Oh. Ich will noch kurz dahinter laufen. Rusten wir gleich aus. Ich glaub, der Schuss galt nicht uns. Aber hier ist Safe 1, oder? Oh. Doch nicht. Nix. Äh, ne. Die kleinen Verbände, die nehm ich schon gar nicht mehr mit, Alter. Die nehm uns bloß Platz im Inventar weg. So, wir gehen gleich... War das rechts von uns? Das hört sich grad so komisch... Komisch haben gehört. Ne. Ich glaub, wir sind noch einigermaßen safe. Leckt's grad'n bisschen. Das quält mir gar nicht. Wieso leckt das grad? Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Oh, hör auf zu lecken, Spiel. Mach jetzt nicht diesen, Alter. Oh, nein, 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 nein. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nicht jetzt, Mann, Alter. Nicht jetzt. Nicht jetzt, wo ich zwei Traumakits am Start hab, Alter. Nee, ich glaub, wir bleiben beim Schally. Hat sich's beruhigt? Ja, hat sich wieder beruhigt. Gut, okay, gut. Oh, ich dachte, das wär einer. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Oh ja, die Warte war trocken. Scheiße. Oh, deswegen hat das grad so Zwiebel. Ich dachte grad, meine Lunge explodiert, Alter. Aber, ähm, wir müssen eigentlich, wir müssen eigentlich ganz, ganz schnell da rüber, Leute. Ne. Ich glaub, wir haben erst mal kurz unsere Ruhe. Ah, scheiße, ist kein Perk mehr aktiv. Auch Paranoia nicht. Ähm, wir gehen... Oh, Alter, das Zwiebel immer noch nach. Oh, Junge, Junge. Ah, war da grad... Hab ich da grad was gehört? Ne. Gut. Wir gucken, dass wir jetzt direkt zu, ähm... Richtung Endzone uns auf den Weg machen. Ich geh mal schwer davon aus, das wird wahrscheinlich... Turbine, ja. Ich wende mich direkt zu den Häuser da hoch. Ähm, wir müssen halt gucken, weil wir haben den... Den Schalli, das heißt, wir haben... Wenn wir vorsichtig sind, den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Und... Das soll sich, wenn möglich... Nicht ändern. Hm, hier war scheiner. Ah, ne, der fährt schon hoch. Schade. Hm, ich dachte jetzt eigentlich, wir könnten den noch schön gechillt... Über einen Haufen natzen. Über einen Haufen natzen. Ey, der war gar nicht hier drin. Wieso das? Quart. Auch kein Star. Ah, das ist jetzt wieder... Super, super, super optimal. Oh, mein Magen knurrt. Mal gucken, ich hoffe, dass hier noch keiner ist. Ich wollte schon abdrücken, Alter. Ja. Ja, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Eier, aber es ist besser wie das Andere. Hm, nee. Nee. Ist das Inventar schon voll? Ich hätte halt jetzt noch gerne irgendwie so einen Sensor-Pfeil oder so. Das wäre ganz gut. Die haben wir schon. Na, das ist auch nicht schlecht. Mann. Hier ist ja gar nichts, Alter. Uff, uff, uff. Nimm mal auch mal mit. Ja, der ist da hinten auf dem Hügel. Da wollen wir noch nicht hin. Oh, hier wäre ein Heli. Oh, der raucht schon. Alter. Guckt euch das an. Trauma-Kit Nummer 3. Ja. Dose. Nimm alles mit. Oh, dann nochmal eine Dose. Nice. Sehr schön. Ist das ein fahrbares Fahrzeug? Nee. Ich gucke immer direkt nach oben, weil, äh, du kannst dich halt da echt mega geil nach oben hinschellen. Und wenn du nicht gerade so eine auffällige Tarnung hast, dann... So. Boah, ich muss schnell was trinken, Alter. Hm. Wir machen uns gleich oben weg. Ist zwar mega risky. Aber... Irgendwann müssen wir's machen. Besser spät als nie. Ne, besser früh als spät. Alter. Da haben wir nochmal ne Heilung. Sehr schön. War auch noch keiner dran. What the fuck? Alter, was ist denn hier los? Krass. Oder oben sind... Da oben wären noch Häuser, aber ich... Ich geh mal schwer davon aus, dass da oben irgendwo ein Sniper chillt. Safe. Da seh ich keinen. Ich geh direkt in die Häuser rein. Oh, rechts könnte einer sein. Okay, gut. Okay, safe ist was anderes. Ähm... Wir brauchen ein anderes Haus. Da oben sind noch welche. Totenstille wär jetzt praktisch, ja. Wie bleiben wir denn noch? Ah, schon noch ein paar. Supply drop inbound. Was war das grad? Oh, wir haben ihn erwischt. Geblendet. Ah, ich seh ihn. Ja, ich weiß, mein Aim... Äh, er ist tot. Ja, er ist tot. Was hat denn der geschossen, Alter? Da ist einer. Da ist einer. Ich glaub, das sah gerade bloß aus. Gucken wir mal, ob von da einer kommt. Äh... SITREP. Circle Collapse imminent. Get to safety. Also wenn er... Reinkommt und wir es rechtzeitig... Mitkriegen ist er auf jeden Fall Sieb. Okay... Ja, das ist da, wo ich nicht hingucken kann. Ja, wir warten. Mann... Das war da. Uh, Sniper. Sehen wir den? Ne, leider nicht. Ich glaub, der hat uns gar nicht gesehen, Alter. Okay, wir gehen hier hin. Okay, den holen wir uns als nächstes. Was? Verdammt. Die Schnauze. Die Schnauze. Komm schon. Nein. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich hab' nicht aufgepasst, was es war. Wie konnte er das überleben? Wie? Wie hat er das überlebt? Was? Er hat nur noch fünf Leben gehabt. Echt jetzt? Du kleiner Ficker, hast du nur noch fünf Leben gehabt? Uff, Alter. Ja, bitteschön für die Traumakids, Alter. Fuck you, ey. Fuck you, ey. Krass. Junge, Junge, Junge. Das hab' ich... Alter, nee. Ich bin grad, äh, ein bisschen sprachlos. Ich bin grad echt sprachlos, Leute. Er hat einfach nur noch... Ich hätte ihn nur noch schlagen müssen und... Alter. Alter. Was ein Lacker. Uff, Alter. Halt deine Fresse, du Wichser. Halt deine Fresse. Oah. Alter, ich bin grad richtig sprachlos, Mann. Sagen. Du hast nicht einfach gesch tätig. Ich denke, ich hab' heute früh gebeten. Es ist nur ein, ... ... ... ... ... Puh, Alter. Halt doch mal deine Fresse, du Fickquäler, Alter. Meine Fresse. Weil es hat nur 20 Schaden gemacht. Und der hatte ja 35. Heiß ich. Sprich er hat trotzdem noch... Verdammt, Alter. Boah, richt mich das jetzt gerade auf, hey. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock, Alter. Krass. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust, Alter. Un-fucking-fassbar. Uff, Alter, uff. Da bin ich einfach nur sprachlos. Ja, da bin ich echt sprachlos, Alter. Da bin ich wirklich sprachlos. Wie kann man nur so scheiße viel Glück haben wie diese kleine Scheiß... Oh, Mann, Alter. Oh, Mann. Oh, fucking Mann, Alter. Ich glaube, ich sollte anfangen, Kinderspiele zu spielen. Ich hab irgendwie das Gefühl, Alter, Shooter... Ah, fuck, Alter. So Point and Click oder sowas, hey. Warte mal, wo war der lange Lauf hier, ne? Das sieht so witzig aus. Mann, wieso kann man hier seine Waffe nicht betrachten, Alter. Das ist auch so behindert, Mann. Mann, zieht's hier auch nicht, leider. Wenn ich nachlaat? Okay, war's zu spät. Boah, ich... Ah, am liebsten wäre ich jetzt gerade echt aus-clushed. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Kann man nur so viel unverschämtes Glück haben wie der Typ da gerade. Krass. Einfach nur krass. Oh, Mann, Alter. Hör auf zu ruckeln. Oh Gott, nochmal. Was ist denn heute los, Herrmann? Keine Waffe, aber dafür ist zwei Rucksäcke hier oben, Alter. Das ist auch krass, Alter. Oh, Mann. Sittrep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is revised. Wo ist er? Wo ist die Sau? Wissen Sie, was mein Problem ist? Dass ich keine Muni mehr habe. Und dass es ruckelt, Alter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, 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 Alter. Ja, ich bin immer noch hier oben. Falls du mich suchst. Ich bin immer noch da, keine Angst. Zudem trau ich mich fast schon nicht hin. Bitte mach den Flug auf. Ja, oh, Glück. Eine Granate. Ja, damit kann ich mich dann wenigstens selber noch in Luft jagen. Halt, warte, der war eins weiter unten, gell? Ja. Komm. Oh, nee, da ist, äh, Glasscheibe. Wir wollen ja unsere Position nicht preisgeben. Also nicht direkt. Äh, nee. Ja, da können wir kurz reingucken. Zack. Wie weit müssen wir denn? Oh, wir müssen gar nicht so weit, das ist gut. So, die... Die wird getauscht. Oh, Bruder. Eigentlich sollte ich hier jetzt so 10 Tonnen Stacheldraht reinlegen. Hä? 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 Äh, nee. Äh, ja. Oh, Konsuma. Nimm mal auch mit. Shotgun-Money. Ja. Ja. Was hattet der eigentlich von den Panzerungen? Siehst du, da hab ich jetzt gar nicht aufgepasst. Äh, halt. Ja. Können wir noch schnell? Ah, nee. Scheiß drauf, komm. Okay. Net call. Supply drop incoming. Okay. Alter. Direkt nochmal ein Stahldraht hinlegen. Hä? Äh, das nehmen wir direkt gleich. So, kommt der uns hinterher? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier rein, hier raus. Ähm. Ah, Dose. War hier gerade ein Quad irgendwo? Nee, ne? Schade. Wollen wir da hingehen, oder? Oh, da oben ist einer. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Nein. Deswegen werden wir da jetzt ein bisschen nachhaken. Da ist noch einer. Alter, weh. Der klaut uns jetzt den Kill. Ach, komm. Er sieht... Ah, okay. Der hat einen Sniper. Echt? Jetzt dafür verschwindet... Alter. Bruder. Wie viel Leben hat er denn noch gehabt? Ah, der hat halt durch die... Er hat uns durch den Baum gesehen. Nein. Der hat noch ordentlich Leben gehabt. Der hat noch ordentlich Leben gehabt. Aber gut, dass wir eigentlich so gut wie nix dabei hatten. Keine 67er Rüstungspart, auch nur eine Handvoll oder so. Oh, Mann, Alter. Es gibt schon echt Leute, da... Da könnte ich... Ja, stopp, 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 stopp. Verfolge ihn, verfolge ihn. Wartet mal. Das hier raus. Tut das auch offen. So. Dann könnt ihr da kurz zugucken. Dann esse ich nämlich schnell was. Ich hab nämlich echt mega Hunger. Bis gleich. Aua. Stürb, du Penner. Er hat's verdient. Net call. Supply drop incoming. Entschuldigung. injections. Moderator. inquisieren. Entschuldigung. Das hier raus. Sonst ז…. o ist es dahin. forbiddy. UFFo musician. Inschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Weg ist. So. Alter, wie schnell man halt einfach überall drüber steigt mit dem... Meine Güte, Alter. Mit diesem, ähm, wie heißt es nochmal? Ich glaube, im Deutschen heißt es Leichtgewicht. Ja, schneller! Uff, Alter. Ich habe auch das Gefühl, man slidet ein bisschen schneller. Kann das sein? Geiert mir da etwa einer hinterher? Oh Mann. Nix, was ich brauchen kann. Oh ja, man... Alter, slidet man weiter? Safe, oder? Guckt euch das mal an, Alter. Alter, das sind ja... Gefühlt zehn Kilometer, Alter, was du da zurücklegst. Mit der Knife Runner. Oh, Train Station oder Dam? Ihr könnt jetzt Wetten abschließen, Leute. Train Station oder Dam? Ich sag... Ich sag... Dam. Uff, ich glaube, die Schüsse kalten gerade uns. Ne? Dann ignorieren wir das mal. Oh nein. Uff, 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 uff. Uff, uff, uff. Uff, uff, uff. Nein! Alter, was soll ich denn da bitte machen, Alter? Ernsthaft? Boah, ich könnte grad mich voll ausrasten, ey. Diese... Fick... Szenen. Ja? Entschuldigung an die Mütter. Ihr könnt nix für eure... missgestaltenden Kindern. Mit ihren verdrecksenden Peace, Alter. Und wo ist bitte die Concussion hingflogen? Nach Afghanistan, oder was? Alter! Boah, da krieg ich den... Brechreiz krieg ich da. Alter. Ah, Mann, Mann, Mann. Was sind grad schon wieder Verschmitzer unterwegs? Un-fucking-fassbar, Alter. Alter, halt die Schnauze. Warum kann man diese Sprecher nicht abstellen? Wieso? Wieso kann man die nicht abstellen? Die sind so unfassbar nervig und unnötig. Weil sie immer den gleichen Scheiß sagen. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Wie die Brankbros. Ich kann da Umis Reaktionen auf die echt verstehen, Alter. Mit Abstand die... die zwei dümmsten Menschen... Deutschlands würde ich jetzt sagen. Nicht der Welt... äh... Weltweit ist es halt Trump, ne? Aber... Was es in der YouTube-China angeht, definitiv Deutschlands, ja. Gleich danach, äh, deren Abonnenten. Das man so nen Scheiß feiert, das... das grenzt echt an... unfassbar viel Dummheit. Das sind wahrscheinlich die gleichen Untermenschen, die wo sich... jeden Tag hier ACTV reinziehen, Alter. Genauso unnötig, ey. Alle, hopp. Na, jetzt sein. Ja, mann. Das ist das stärkste Glas. Das stärkste Metallglas, was ich bisher gesehen habe. Ey, die haben halt so coole Sachen an dem Ding dran. Und irgendwie kannst du nix von dem nutzen, was du hier siehst. Du hast keine Außenkamera, die Scheinwaffe kannst du halt anmachen. Na gut, die Rücklichter halt, um zu sehen, ob jemand in einer... in einem Gebäude drin ist. Wusste ich ne ganze Zeit lang übrigens auch nicht. Weil ich da auch nie drauf geachtet hab, dass wenn... ein Fahrzeug bewegt wird, dass die Lichter ansehen. Auch nicht schlecht. Uff, uff, uff. Ja, verpisst euch, ihr Wichser, Alter. Äh, sorry, Leute, sorry. Heu, ist wieder der Wurm drin. Jetzt voll aggro und dann freu ich mich, wenn ich... keine Ahnung, aus ne Runde mit 4 Kills rausgehe. Uff, Alter, uff. Ist ja noch ziemlich hoch, hä? So. Oh, Alter, nice! Wo ist er? Ist das Shotgun-Bunny? Alter. Geht an den Schalter... Geht gar nicht an den Schalter hin, was ist denn da los? Weißt du überhaupt, dass er da runter kann? Backpack. Alter, ich krieg... LOL. Potential collapse detected. Advise Relocation to indicated safe zone. Zieht er uns? Ne, hat er nicht. Oh, LOL, Alter. Wartet mal. Ich muss noch mal kurz raus. Jetzt können wir wieder rein. Ähm... Das nehmen wir für die... für eine andere Waffe mit. Was ist das? Ne, das brauchen wir nicht. Gut. Alter, lol. Oh Gott. Bis hier, schön. Ey, was ist denn jetzt los, Alter? Ich krieg jetzt grad... Gefühlt, äh... Zehn Tonnen Munition. Oh, da hätten wir nochmal einen Ton mal hoch. Flieg und Sieg, mein kleiner Freund. Flieg und Sieg. Wasch. Wusch. Zack. Mitnehmen. Nope, 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 nope. Ist das Shotgun Muni? Wieder Shotgun Muni, Alter. Holy shit. Warte mal, die Nummer mal mit. Ja, Bruder, wenn du glaubst, dass ich hier bei deinem scheiß Sensor fahre, bleib, dann hast du hier aber geschnitten. Boah, Alter, der trampelt aber echt wie sauber. Circle Collapse imminent. Get to safety. Neh mal da rin, der durch. Da raus. Da wieder rin. Äh, den haben wir glaub ich schon. Ja, den haben wir schon. Wollen wir noch kurz da hoch? Das war jetzt komplett die falsche Richtung, aber vielleicht, äh, finden wir da oben ja noch was cooles. Und... Ja, Zeit haben wir eigentlich genug, glaub ich. Ja, doch, doch. Da, 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 da. Äh, halt. Kaliber 50, kann man immer brauchen, das haben wir schon. Ist hier vielleicht noch... Ah, sehr schön. Nope. Dann gehen wir direkt hier runter, holen uns das Auto und fahren dann in die Richtung da. Alter. Wo waren das Auto nochmal? Wir warten, bis der hinten drin ist und dann schnabulieren wir uns. Da hinten ist auch einer. Ach man, die hat uns schon direkt gesehen, alter. Warten, scheiß. Okay. Andere Plan... Ey, wie denn? Wie? Alter. Fick dich, Mann. Alter Schwede. Oh, shit, mein Finger. Was für... Uff, Alter. Boah. Junge, 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 Junge. Von einem Sensor-Pfeil in den nächsten rein. Und dann zieht ihr uns auch noch da. So eine reiche... Ich weiß nicht, weil der hat dieses Scheiß Ding doch gar nicht, alter. Ah. Huuu. Alter. I got something to do. Recondition that myself. Buff, alter. Huuu. 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 Alter. Null, null, zwei, null, null, alter. Huuu. 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 Sie die ganzen Achtjährigen wieder auf die Spiele los, Alter. Boah, krieg ich da einen Rappler, ey. Krieg ich da einen Rappler? Das Ding hat doch niemals so eine Reichweite. Wenn wir nachher da unten sind, dann teste ich das aus. Alter, ich krieg da den Kotzreiz des Jahrhunderts, Alter. Boah. Komm schon richtig in den Schwitzen, Alter. Normalerweise rege ich mich echt nicht so schnell auf, aber bei solchen Aktionen, Alter. Das ist halt eine fucking Shotgun, Alter. Und dieser Drecksficker steht einfach noch, Mann. Unfassbar. Boah, ich bin gerade so geladen, Alter. Boah, jetzt ein Aimbot und alle runterballern, Alter. In der Luft direkt. Gott, ich werde der glücklichste, glücklichste Mensch der Welt. Ah. Oh, da geht auf jeden Fall schon mal safe einer unten rein. Zack. Consumer. Weste. Weste. Hey, das geht's nicht. Das geht's nicht. Da ist schon wieder ein Sensorpfeil. Da ist schon wieder so ein verfickter Sensorpfeil. Alter, ich krieg einen Krabbler. Wo ist der Pender? Ja, und genau da, wo wir hingehen, ist der Pender. Da ist der scheiß Sensorpfeil, ne? Da ist er. Weg damit. Ah, Gott. Die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufheben. Jetzt brauchen wir bloß eine Shotgun. Und dann ist es mit Schäppi. Jetzt bin ich happy. Schnell, schnell, schnell. Da höre ich doch schon ein. Was? Ich krieg einen Hals, Alter. Er macht mit dem Shotgun zwei Hits, ich bin tot. Ich treffe ihn viermal. Und er überlebt's, Alter. Fick dich spielen, Alter. Fick dich einfach nur. Boah. Ich krieg's gerade echt nicht gebacken, Alter. Das ist zum Kotzen, ey. Das ist einfach nur zum Kotzen. Boah, Alter. Boah, Alter, boah. Das ist das Kunderprograd, dieses, was mich irritiert, dieses WXP-Fickerei. Ich muss kurz eine Runde Multiplayer rein. Da geht's nämlich schnell dazu. Mal gucken, ob's da ein bisschen besser läuft. Boah, ich krieg einen Rappler, Alter. Ich krieg einfach nur einen fucking Rappler. Das tut einfach nur weh, Alter. Oh Gott, wir haben auch schon den Date. Haley-Capped, Alter. Fick. Äh, Hardcore-Domination, ja. Was haben wir denn da drin? Achso, es gibt doch doppelte Waffen-XP. Ähm. Drohne. Ähm. Ich weiß nicht, soll ich das Snipernest eher wegmachen und die Condor-Drohne, weil die bekommen wir dann eher schneller. Wir probieren's mal. Oh, shit, das ist ja ultra laut, Alter. Okay, wir probieren's. Let's go. Let's go. Ah, uff, Alter, uff, uff, uff. Oh Gott, Alter, da wird's mir schon schlecht, wenn die das sehen. Oh Gott, da sind ja ganz andere Gesten drin. Ich wollt grad den Headshot machen. Was zum... Oh Gott, genau, das gibt's ja... Ah, scheiße. Ich kenn die neuen Maps alle noch gar nicht. Oh, das sieht aber ziemlich cool aus. Das Wasser sieht aus, als wenn man da nicht reinspringen sollte. Und wehe, da kommt jetzt einer von euch mit in den Computern. Oh, Camper, Camper. Es ist Domination. Okay. Es ist fucking Domination. Guck mal, spielt kaum einer den Reaper. Interessant. Spielt echt keiner im Reaper, oder what the fuck? Uff, 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 uff. Oh, das ist das einigermaßen leise. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Ah, warte. Yo, die rennen wieder alle einfach nur... So. Oh, was war das? Oh. Das sind Geysire. Oh, ist der Spawn-Dreh? Boah, ich werde... Ah, ja, genau. Den haben wir aber gleich. Ne, der ist hier. Wo waren das? Alter, nicht dein Ernst, Mann. Oh, hupse. Natürlich wieder von der Seite. Wie kann es auch anders sein? Das war er... Ne, das war er nicht. Das war er gerade verdammt. Bravo, lock down. Ah, nein, Alter. Wie aktiviert man seine Killstreaks eigentlich nochmal? Guck mal. Oh, danke. Oh. Ne. Oh, lol. Oh, die Map ist ein bisschen verwirrend, Alter. Kann ich hier hinten lang? Oh, ja, ich kann hier sogar lang. Uff, Alter. Ah, halt, ne. Also, man kann nicht so weit hinten. Ich hoffe, der kriegt den. Ich würde gerne eher nach oben gehen, obwohl, ne, oben ist glaube ich nicht so geil. Alter, der Typ mit dem Raketenläufer, was hat der vor? Was ist seine Mission, Alter? Lol. Alter, die Map ist gar nicht so groß, wie man denkt, ne? Ach, komm, Alter. Gib mir eine Map, die ich kenne. Ach, ja. Komm. Wo denn? Wo denn? Ah, ne, das war einer. Ich würde gerne einen nehmen, aber nicht alleine. Oh. War da hinten einer? Komm, komm, komm. Oh, ja. Was ist denn das gerade bitte gewesen, Alter? What the fuck? Was war das gerade? Ach, das war der Reaper, oder? Ja, ja, ich weiß. Alter, wer schießt denn mit einer normalen Waffe auf eine Drohne, Alter? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Keep up the pressure. Break them down. 0815. Let's go. Let's go. Hacker makes me horny, Alter. Jawohl. Fisch das Statement. Secure the objective. Let's go. Okay. Oh, nice. Nice. Mach halt einfach mehr Sinn. Genau die dringendorgen. Genau die dringendorgen. UAB available, Katarskin. In the turn, the sensors are capped to your objective. Secure in C. Oh, Alter. C. Lockdown. Ja, weil sie halt nie so lange im Himmel bleibt, die Drohne, oder? Das war unsere Chance. We lost Charlie. Jetzt hoffe ich halt, dass die von da hinten kommen. Nein. Da war gerade einer. Ich hoffe... Hat er einen gesehen? Hat er einen? Ja, er hat einen. Ah, nee. Ja, der holt doch einfach mal B bevor er C irgendwie... Oh. Komm schon. Ist das ein Chopper-Gunner? Nee. Secure in B. Ja. 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 Uff, Alter. Aber ich hab ihn noch runter geholt. Nice. System ist ben hacked. Oh, da war einer. Oh, lol. Das ging aber schnell. Ich hab ihn mit ihm. Ich hab ihn mit ihm. Was ist das jetzt ein Gegner? Ja, ja. Safe. Komm schon. Was ist das denn bei uns zum Spawn? Können die nutzen sich da unten gegenseitig? Oh lol alter What? Er sieht mich... Ja klar... Er macht einfach direkt zwei Headshots, alter Ah shit den hab ich nicht gesehen Oh den krieg ich noch, das krieg ich noch, das krieg ich noch Nein, warum? Alter der Typ ohne Witz No fucking way No fucking way alter Ach komm Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr Leute ohne Witz Ey Diese Ficke alter Dann willst du die A einnehmen und dann... Guck mal die nehmen noch nicht mal ein Guck mal die nehmen noch nicht mal ein Wo ist der Typ mit dem Raketenwerfer, Alter? Komm gleich hinten, das ist der Typ mit dem Raketenwerfer, ne? Vorsicht! Wollte ich dort zeigen, Alter, geh da mal runter! Geh da mal runter! Oh, da ist eine Box im Spawn! Ey, das ist nicht dein Ernst, Alter! Uff! Uff, uff, uff! Uff! Oh, das kam von da! Erwischt! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Er ist auch immer noch da! Alter! Ich mach einen Kill und werd direkt vom Nextion-Figure weggeholt, Alter! Das ist so zum Kotzen, Mann! Wo ist der andere? Hey, er ist halt instant auf mich drauf, egal was ich mach! Was? Was? Okay, Cornyn, Alter! Puh, Alter! Operation complete! Nice work! Gib mir Gottverdammt nochmal eine verfickte Map, die ich kenn, Alter! Boah, Alter! Heute ist echt nicht mein Tag! Boah, Alter! Heute ist echt nicht mein Tag! Boah, ich weiß nicht! Ich glaub, ich hab einfach zu viel von dem Blackout gerade! Ich werd auch nicht mehr allzu lang machen, das ist die ganze Zeit für schon... Nee! Dann krieg ich einen Rappler! Dann krieg ich schon Rappler! Das ist Infrarot! Damit kann man Leute richtig hart abficken, glaubt mir! 25, 22, ja, ist okay! Nee, 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 nee! Die Map mach ich nicht nochmal! Ähm... Ist das jetzt maximal, oder kann ich nochmal? Hä? Ah, stimmt, genau! Die hier war's ja! Die ist ja neu dazukommen! Nee, die haben wir jetzt auf maximal! Ähm, welche machen wir denn als nächstes? Können wir die hier machen? Da haben wir noch nix, ne? Nee! Aber wir haben... Wenigstens ein Anhänger! Und... Achso, stimmt, die müssen wir erst freischalten! Ähm, fünf Kills ohne zu sterben, welche ist denn das? Dogfight! Ähm... Jetzt hätt ich mir merken sollen, wie die aussehen, ne? Shit! Hier haben wir ein paar... Ach nee, das ist ja Blackout! Stimmt, genau! Ähm... Ne, ich glaub da lass ich die einfach normale Tarnung drauf, oder? Den nehmen wir mit... Fast Lock und... Fast Load! Ja! Können wir da irgendeine coole Tarnung drauf machen? Ähm... Guck mal noch kurz die Kisse rein! Deine ID matcht die. Ja, das ist für dich! Äh... Ne, nicht so geil! Okay, los geht's! Oh, können wir? Wir können, glaub ich, sogar schon... Alter, was war das grad? Können wir schon Prestige gehen? Oh, da... Ne, noch nicht ganz! Oder? Ne, wir müssen das noch voll bekommen, genau, und dann kann man... Und dann wir können Prestige gehen! Oh, ich glaub ich werd sogar direkt Prestige drücken, da wir grad WXP haben, da lohnt sich das sogar! Andernseits eigentlich eher weniger... Oh, eigentlich mal ne Web, die ich kenn! Oh, ist das schön! Wir werden direkt im Spraining gehalten, oder? Ne... Der war völlig fürs Essen. We sind gut! Obwohl, über den Dschungel Dschungel! Das Ding ist halt nicht nur ein Black-Auto-Biest, sondern ein Multiplayer auch. Der einzigste Nachteil, den du bei dem Teil hast, ist halt die geringe Feuerrate, aber die macht halt wirklich Schaden. Die ballert rein. Ah cool. Steig. Oh! Erwischt. Erwischt. Ach stimmt, ich hab ja die komische, äh... Ja ne von uns Dieses ähhh Flugdings pumst da Uff Alter Oh nein Ich lauf ihm auch noch direkt in die Arme Komm 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 schnell Hat das? Ok gut er hat's Er ist immer noch da unten? Echt jetzt? Was hat der da gerade gemacht? Er hat halt einfach mal gar nichts gemacht gerade Ja und der eine Typ chill da oben Ich war doch schon um die Ecke Kommt das Ich krieg schon wieder nen Kotzkrampf alter Krass Sensor Pfeil ich hör ihn doch F***er F***er Alter entspann dich mal Kohle Ich hab kein Ecke Wie schafft es denn der die ganze Zeit so schnell runter sag mal? Das ist ja der Wahnsinn Dann machen wir es jetzt mal so. Oh Mann. Sensor Pfeil. Oh Gott, wie viele sind denn da hinten? Oh Gott. Komm. Ey. Echt jetzt? Ich frage ihn halt einfach nur an, alter. Das ist... Der chillt da oben drin. Wegen dem Schild kann man halt nichts machen, ne? Oh. Danke. Oh, der Hund snackt gerade alles weg. Ja, ist mir scheißegal. Ich sehe den! Alter, das ist krass. Ich sehe den noch nicht mal. Wo? Wo war der? Ey, ich krieg einen Rappler. Weißt du? Ohne wenn es nach der Runde ist für mich Feierabend, alter. Kein Problem. Die wissen halt immer instant, wo man ist, alter. Kannste machen, was du willst. Ach, fick dich doch, man. Scheiß Recon. Wie lange halten das an? Hostile Strike Team inbound. Naja, für mich ist Feierabend, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Bei so einem Geschwitzer, alter. A.O. Pacified. Government Forces take the win. Doppel XP, alter. Ab da werde ich dann irgendwas anderes zocken. Vielleicht World War II oder so. Gucken wir mal morgen, wie es aussieht. Aber... Black Ops erst wieder... ...wenn WXP weg ist. Weil auf Disk geschwitzt hab ich keinen Bock. Nee, den Rest den will ich mir echt nicht geben. Den Rest den geb ich mir nicht. Da hab ich einfach keine Nerve für. Ah, Max Level erreicht. Tschüss, ihr Wichser. Ah, scheiße, die hören mich ja gar nicht. Egal. Hauptsache, man hat's gesagt. So, dann machen wir das nämlich weg, weil das bringt nämlich irgendwie gefühlt gar nichts. Schon ein schönes Teil. Ein Schali. Und das hier, das hat irgendwie auch nichts gebracht. Haben die das... Haben die das wieder nach oben irgendwie ankoben oder so? Kann ich genauso vielleicht ohne... ...äh, ohne Scorestreak spielen, oder? Und ich mach gleich die ganz großen rein. Also gucken wir noch da rein. Ja, ein doppeltes. Sehr schön. Ach, dieses Spiel ist einfach zum Kotzen gerade. Das ist Wahnsinn. Also Leute, wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.